Hallo zusammen, Ei Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Blut im Wasser anzunehmen bei Lord Kommandant David in Eiskrone an dieser Position. Vorquest war, was bis jetzt geschehen ist. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Das Video könnte euch aber auch helfen in WDLK Classic. Man hat auch ein Quest Item mitbekommen, mal schauen wie man das benutzen darf oder wie der Einsatz ist. Und hier sind ausgehungerte Haie. Ich gehe mal in Katze, dann öffne ich mein Inventar und ziehe das Quest Item in die Leiste. So, dann hört man mal so ein Hai. Benutzen das Quest Item, ungültiges Ziel. Hai anklicken, Quest Item benutzen, da funktioniert es. Ok, also wir müssen die Haie anklicken, damit wir das Blut sammeln können. Ihr könnt dann immer wieder aufsteigen, aufmountain auf euer Flugmount und dann wieder über dem Hai abtauchen und ihn töten. Anklicken, Quest Item benutzen. Quest Gebiet ist sehr groß gehalten. Natürlich gibt es keine Haie, wo Landmasse ist. Das sollte klar sein. So, weiter geht's. Na, jetzt schwimmt er mir davon. Getötet. Anklicken, Quest Item benutzen. Drei von zehn. Nächste heißt in der Nähe, da werde ich jetzt nicht auftauchen. Mit meinem Level kann ich ihn töten, ohne dass ich in Katzengestalt gehe. Dann sollte ich das Quest Item auch in dieser Gestalt in die Leiste ziehen. So, ich brauche Haie. Da hinten. Der ist ein bisschen weiter weg. Wo ist er? Da. So. Solltet ihr die Quest in VOTLK Classic aufnehmen, dann müsst ihr halt ganz normal gegen diese Mobs kämpfen. Logisch. Hier sind gleich zwei Haie in der Nähe. Oh. Und gleich daneben ist der Nächste. Sehr cool. Bei Anklicken, Quest Item benutzen. Ich habe schon acht von zehn. Als Dritte geht die Quest ziemlich flott. Ich glaube, wenn man keine Weise gestellt hat, ist die Quest nicht so flott. Könnt ihr gerne in die Kommentare posten. So. Und hier ist mein letztes Opfer. Das greife ich von unten an, aus der Tiefe. Wie ein Hai. Ein Hai, der wenn Hai angreift. Organist aufgenommen. Und tot. Quest Item benutzen. Und ich habe zehn von zehn. Auftauchen. Und natürlich zeige ich euch jetzt noch, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist. Solltet ihr das schon wissen, wäre es trotzdem cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. So. Jetzt geht es in diese Richtung. Und hier bin ich. Quest ist abzugeben bei Lord Commandant Tavet. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.